Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich über einen Vergleich von Capture Cards und NDI reden. Wer die Videos von mir verfolgt hat und ja da auch schon gesehen hat, dass man ja auch ohne Capture Cards streamen kann, der kennt NDI sicherlich schon. Und ich möchte in diesem Video halt einfach mal einen Vergleich einstellen oder zeigen, welche Vor- und Nachteile bietet eine Capture Card und welche Vor- und Nachteile bietet denn NDI. Und was ist von der Qualität her eigentlich besser? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Wir schauen uns das mal genau an. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Und für den Angestelltenvergleich in diesem Video nutze ich die Live Gamer 4K von Ava Media. Das ist eine 4K Capture Card. Die habe ich bereits auch schon mal vorgestellt, wen es interessiert. Link ist oben in der Infobox. Ja, und wenn man sich mal überlegt, dass diese Capture Card ungefähr 270 Euro kostet aktuell und NDI 0 Euro, dann ist natürlich auch die Frage ganz legitim, macht das überhaupt Sinn, eine Capture Card zu verwenden? Und welche Vor- und Nachteile hat das, beziehungsweise welche Qualitätsunterschiede gibt es überhaupt? Ganz am Anfang sei gesagt, wenn ihr natürlich eine Konsole nutzt und das Gameplay-Material auf eurem PC bekommen wollt, dann solltet ihr eine Capture Card nutzen, denn es macht einfach Sinn. Es gibt Möglichkeiten, auch ohne Capture Card, das Ganze zu tun. Die Qualität ist aber überhaupt nicht so gut wie mit einer Capture Card. Jedoch ist die Frage legitim, ist das Ganze denn bei NDI der Fall? NDI kann man nutzen, wenn man zwei PCs hat und man von einem PC das Gameplay-Material auf den anderen PC bekommen möchte, um zu streamen oder Aufnahmen zu erstellen. Als erstes würde ich euch am liebsten einmal einen Vergleich zeigen. Und zwar habe ich das Gameplay von der Capture Card genau neben das Gameplay von NDI gelegt und habe das Ganze in so einem Side-by-Side-Record mal aufgenommen in 2K und bei 144 FPS. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Auf der linken Hälfte seht ihr das Gameplay-Material der Live-Gamer 4K und auf der rechten Seite seht ihr dann das Gameplay-Material von NDI. Was einem direkt zu Beginn auffällt, ist, dass auf der rechten Seite das Gameplay etwas verzögert ist. Das bedeutet, da haben wir einen leichten Delay, der aber wirklich sehr, sehr gering ist. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass das linke Bild einfach glatter aussieht, sauberer und nicht ruckelt. Das rechte Bild, also NDI, ist mit meinem Empfinden her etwas ruckeliger und hakiger, zackiger und sieht dementsprechend auch nicht so gut aus. Mein Netzwerk hat einen 1-Gigabit-Netzwerk-Switch und die Übertragungsrate von NDI lag bei dieser Aufnahme bei ca. 180 bis 200 Mbits. Ja, wenn ihr halt langsames Netzwerk habt oder einen 100-Mbit-Switch, dann wird das Ganze nicht so richtig funktionieren. Solltet ihr aber einen Gigabit-Switch, was eigentlich schon der Standard ist heutzutage, zu Hause haben bzw. euer Router auch 1-Gigabit-Netzwerk-Ports anbietet, dann werdet ihr mit NDI keine Probleme haben. Zu dieser Aufnahme sei des Weiteren gesagt, dass ich mit einer Bitrate von 100 Mbit aufgenommen habe, also schon sehr, sehr hoch und das Ganze in 2K. Das heißt, die Qualität des aufgenommenen Materials ist natürlich sehr, sehr hoch. Beim Stream sieht das natürlich anders aus, da seid ihr auf eine 6000er-Bitrate limitiert und da wird dann der Unterschied nicht mehr so gravierend sein, wobei der Unterschied hier ja auch schon gar nicht so hoch ist. Wer sich das ganze Gameplay-Material bzw. diese Runde einmal komplett als Vergleich anschauen will, ohne mein Gesabbel und einfach nur dieses Gameplay in dem Side-by-Side-Vergleich, für den gibt es in der Videobeschreibung den Link zu dem RAW-Material. Was gibt es also zu dem Vergleich von NDI mit einer Live-Gamer-4K-Capture-Card zu sagen? Ja, es gibt Unterschiede und gerade bei hohen Bitraten bzw. bei hoher Qualität werden diese sichtbar. NDI hat einen leichten Delay, der ist aber wirklich sehr, sehr, sehr gering und man kann das auch mit wenig Aufwand anpassen, sodass man halt keine Verschiebung zwischen der Gamesound bzw. der Sprache, also eurem Mikrofonsound und dem Gameplay hat. Das ist leicht anzupassen, der Delay ist sowas von gering. Die Live-Gamer-4K hat Zero-Delay, also da habt ihr gar keine Verzögerung. Da hat natürlich die Live-Gamer-4K die Nase vorn. In der Bildqualität bei, wie gesagt, hoher Bitrate, bei Aufnahmen würde ich zu einer Live-Gamer-4K greifen. Ich persönlich bin jemand, der, wenn ich das schon mache, dann möchte ich es richtig machen und möchte auch wirklich gute Qualität abliefern. Und da bietet euch die Live-Gamer-4K eine wesentlich höhere Qualität als NDI. Wer jedoch einfach nur streamt, der wird sicherlich mit NDI sehr gut starten können, denn es ist kostenlos, man kann erst mal anfangen, muss kein Geld investieren und es läuft. Und gerade bei einer 6000er-Bitrate bei Twitch ist der Unterschied wirklich sehr, sehr gering. Das Bild ist nicht so flüssig, es hakelt ein bisschen bei NDI und vielleicht gerade bei Standbildern werdet ihr auch an den Texturen oder den Grafikdetails mal sehen, dass es ein bisschen schlechter aussieht. Bei schnellen Bewegungen ist dann doch merklich sichtbar. Also ihr werdet sehen, dass NDI bei sehr schnellen Bewegungen, gerade bei Shootern, doch schneller mal Artefakte bildet und das habt ihr nicht bei einer Live-Gamer-4K. Alles in allem, mein Resultat von diesem Vergleich ist, wow, NDI bietet doch wirklich für 0 Euro eine echt akzeptable Qualität, aber ich würde doch immer zu einer Capture-Card greifen und nein, nicht, weil ich diese Capture-Card gesponsert bekommen habe, sondern weil ich, ich habe auch schon vorher Capture-Cards benutzt, nur um das mal gesagt zu haben, weil ich der Meinung bin, man hat einfach eine bessere Qualität damit und das Bild sieht flüssiger aus. Und ja, in Zeiten von Streamen für jedermann, also ich meine, so viele Leute streamen und so viele Leute machen Videos, finde ich, ist eins der Merkmale, mit denen man etwas herausstechen kann, die Qualität, beziehungsweise wenn die Qualität einfach nicht stimmt, dann ist man direkt unten durch. Denn, naja, viele bieten gute Qualität an im Stream oder in den Aufnahmen und wenn man dann dazugehört und das Bild ruckelt oder es ist halt nicht scharf, es hakt, es verpixelt, nicht synchron, dann, ja, ist man doch unterhalb der, sag ich mal, Standardlinie von den Leuten, die eine gute Qualität anbieten. Ja, mich würde doch nochmal interessieren, abschließend, was sagt ihr zu dem Vergleich, was fällt euch vielleicht in dem Vergleich noch auf? Also schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, mich interessiert das wirklich brennend, was euch da noch so aufgefallen ist, beziehungsweise welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!